Also hier sind Künstlerinnen und sie machen jetzt gerade ein Kunstwerk, das Mandala. Und sie sind immer noch am Schaffen. Es sieht ein bisschen aus wie ein Schneckenhaus. Es ist auch, es schmeckt uns. Und es ist es auch. Und das ist Gruppenkunst. Das ist wirklich ein süchtiges Kunstwerk. Kevin, was gefällt dir an diesem Kunstwerk? Ähm, mir gefällt es, dass es so bunt ist. Bunt? Das stimmt. Anna-Lea, wie findest du das? Gross. Und was hat daran Spass gemacht? Also... Zeug sammeln. Ich will heute reden. Zeug sammeln. Zeug sammeln. Flavian, was hat dir daran Spass gemacht? Schlecken und sammeln. Oder ist es? Ich muss mich nicht mehr aufsetzen. Das stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020